trans schamlos direkt die tagebücher der johanna e 26 oktober 2019 liebes tagebuch das ist mein erster eintrag doch es wird kein gutes sein so glücklich ich mir ran war so einsam fühle ich mich hier in wien es ist immer so nach einem nachtflug weil ich in dieses loch eigentlich ist es nicht immer so aber es passiert nach einer durchgearbeiteten nacht viel schneller besonders schlimm ist es nach einer langstrecke wenn der körper aus der zeit war wenn die hormone von tag und nacht durcheinander sind und alle b-vitamine aufgebraucht sind ich fühle mich einsam so verlassen seit mich sah die vor zwei wochen überall blockiert hat seit er verlobt wurde oder was auch immer in ihm vor ging ich vermisse ihn dennoch spüre ich auch noch oft wut manchmal sogar hass ich sitze hier am boden und muss mich wirklich bemühen ihm jetzt zu sein ich schaue mich um und mache mir bewusst dass es gerade nichts bedrohendes gibt außer meinen dramatischen gedanken natürlich mit diesen versuche ich mich aber nichts zu identifizieren und sage mir ich habe ein dach über den kopf eine wohnung die ich mir leisten kann meine drei katzen die für mich da sind eine heizung die mich wärmt es ist alles in ordnung im jetzt nach der schönen zeit in der rand die so dicht gefüllt mit wirklich wunderbaren begegnungen war ist es aber klar dass mich die lehre zu erschlagen versucht ich hatte keine ahnung was ich in teran machen würde ich war offen für alles zwei tage davor dachte ich an bechnut und war enttäuscht von ihm dass er sich überhaupt nicht mehr meldet obwohl wir doch einiges zusammen erlebt haben und siehe da schon hatte ich eine nachricht von ihm auf instagram er meinte er wäre auch wieder single seit so drei wochen wie ich wir sind tatsächlich auf irgendeine art und weise miteinander verbunden der flog nach tierern war unaufgeregt alles war ruhig und ich war froh meine liebe kollegin wieder zu sehen was für eine schöne zeit hatte ich mit ihr und ein paar anderen in delhi in indian vor ein paar jahren wir waren als gruppe so harmonisch dass die indian alle fragten ob ich und eine andere kollegin ihre töchter seien das war damals wie eine fügung von menschen die zusammen auf eine kurze reise gehen sich begegnen und wertschätzen diese verbindung hatte ich sofort wieder mit meiner kollegin ich nannte sie auch gleich wieder mama als sie mich so herzlich umarmte ich liebe meinen job schon sehr und dann im hotel in tierern angekommen meldete sich bechnut wie versprochen und holte mich ab ach wild verliebt war ich damals als ich ihn das erste mal traf das war wohl vor beinahe drei jahren damals war er verlobt aber er ist ständig verlobt oder etwas ähnliches dann gibt es immer restriktionen in kontakt zu mir da seine verlobten immer sehr eifersüchtig auf mich sind iranerinnen sind grundsätzlich extrem eifersüchtig und kontrollieren das handy und solche sachen aber zu recht denn bechnut hatte mich bei seinen verbotenen besuchen im hotel immer gefickt und da war er nun freudig habe ich ihn begrüßt als ich zu ihm ins auto stieg gleich erzählte mir dass er nun onkel geworden sei und sogar den namen wählen dürfe und schon zeigt er mir auch fotos von ihr und mich erfüllte selbst mit stolz ihn so stolz zu sehen mit wie viel männlicher liebe er von ihr sprach diese art von zärtlichkeit fehlt mir immer bei den mitteleuropäischen männern die haben keinen stolz mehr als wir uns dann unterwegs ein leckeres asch gekauft haben fuhren wir weiter in einem park zum spazieren donnerstagabend ist dort wochenende und dementsprechend war der verkehr aber als wir dann angekommen sind war ich wie immer von der iranischen lebensweise begeistert trotzdem dass es schon nach mitternacht war tummelten sich massen an menschen im park alle hatten eine gute zeit überall an kleinen plätzen versammelten sich frauen und männer um den gesängen andere passanten zu lauschen überall spielten männer auf traditionellen instrumenten überall wurde auf picknick decken mais und granatapfelkernen geschmaust ein anblick voller lebendigkeit welche es in österreich niemals geben würde es tat mir so gut zu beobachten wie frei diese menschen waren obwohl sie in so einen unfreien land leben bechnut aber war die ganze zeit sehr in sich gekehrt ich war um so süße zu ihm und sprach ihm mehrmals darauf an was ihn bedrückt er ist ja auch frisch getrennt dachte ich mir und so wie ich machte sich auch gedanken über seine zukunft hat angst zu versagen nicht der berühmte football coach zu werden wovon er träumt und so wie mein vater ist auch sein vater anfang dieses jahres an krebs gestorben drei wochen nach meinem papa ich fragte ihn ob er seinen papa sehr vermisse und da erzählte er mir dass er oft von seinem papa träumt immer wenn er ihm in seinen traum erscheint duftet sein vater nach dem prachtvollsten blumen und immer lächelt er und ist ganz hell angezogen bechnut meinte dass es anders wie in einem normalen traum sei es sei viel echter wie real einmal hat sein papa ihn umarmt und er spürte ihn so deutlich selbst als er aufwachte spürte ihn noch als bechnut mir das erzählte lebte ich ihn von herzen dass er sich mir so sehr öffnete und ich an diesen erfahrungen teilhaben konnte das ist liebe für mich leider konnte ich ihn nicht umarmen denn das geht ja im iran in der öffentlichkeit nicht umso dankbarer war ich ihn in meinen herzen ich war dankbar ihn zu kennen und schaute ihn lange an ich sagte zu ihm dass wir auf irgendeine art und weise miteinander verbunden sind auch wenn wir uns dieses mal nicht körperlich verbunden haben aber ich war sehr glücklich und müde als ich wieder im hotel zurück war es war immerhin schon 1.30 im iran aber da meldete sich mohammed so ziemlich jeder im iran heißt mohammed aber er hat nicht einmal einen spitznamen sowie die anderen ich hatte mohammed schon einmal getroffen er wohnt in darake bei seinen eltern wie alle unverheirateten erwachsenen darake ist eines der teuersten gebiete in iran für mich wäre es unleistbar dort zu wohnen mohammed aber ist der sohn einer sehr reichen familie und er ist immer sehr süß und nett zu mir und nicht so arrogant und kalt wie andere reiche männer die ich schon kennen lernte allerdings ist er nicht so reich dass er zum beispiel sich ein schengen visum leisten könnte vielleicht lässt ihn das etwas demütiger sein und natürlich wollte mohammed mich noch treffen und ich sagte ja ich sagte hol mich mit einem mobert ab und lass uns durch die kalte nacht stößen zehn minuten später saß ich schon hinter ihm und hielt mich an ihm fest mohammed ist auch attraktiv aber viel schlanker als bechnut beide sind sehr groß aber bechnut sieht beinah wie model aus es war gar nicht so einfach mich so spontan auf einen anderen mann einzustellen auf eine neue begegnung aber ich war im fluss des lebens und genoss die kalte bergluft meinen körper während mohammed ziel streb ich durch die nacht fuhr und schon wie das erste mal fuhren wir in seine wohngegend von dort hat man eine schöne sicht über das nächtliche teer an als wir dort standen umarmte er mich von hinten und machte mir viele komplimente sein englisch ist wirklich nicht besonders gut aber es war lustig und er brachte mich zum lachen dann führte er mich zu einem großen busch und stellte ein brett welches die funktion einer tür hat zur seite und hieß mich willkommen einzutreten in sein haus wie er es nannte ich war erstaunt und musste wieder lachen als ich durch die imaginäre tür trat kam nämlich in einer art vorraum welcher unter einem baum war es lag sogar ein teppich am staubigen boden und meine augen gewöhnten sich auch mehr und mehr an die dunkelheit weitest gingen wir zum swimming pool ein wasserbecken welches zur bewässerung der dortigen obstbäume gilt und gut im schatten eines dichten baumes lag überhaupt lag sein imaginäres haus gut versteckt unter den bäumen und an einem hang den wir zum nächsten zimmer ein paar meter hinunter gingen dort hatte er tatsächlich mit bretten eine art hütte gebaut und er entschuldigte sich oft dass alles noch nicht fertig sei aber er hat nicht immer so viel zeit wie er gerne hätte um an seinem haus zu bauen ich amüsierte mich jedenfalls köstlich und fühlte mich wie ein kind das von seinem prinzen gerade erobert wird wir setzten uns gemütlich auf eine bank und blickten romantisch wie von einer art balkon auf das tal von darke wunderschön war das natürlich hat er mich da schon längst rumgekriegt aber er war nach wie vor ein gentleman und machte mit seiner tiefen stimme den hof legte seinen arm um mich küsste ausgeblich im schutz der dunkelheit meine brüste und machte das so gut dass ich ein prickeln in meinem herzen bekam ein unglaubliches gefühl welches bis jetzt nur ismail mein marokkanischer ex verlobte in mir erzeugen konnte ich genoss es wie er mich verwöhnte er fing an mich zu blasen und machte das sehr gut dann fing er auch an mich zu fingern und brachte mich mit dieser kombination zum höhepunkt ich weiß nicht was er macht aber er macht es sehr gut obwohl er mir gar nicht so gut gefällt schon allein weil er so dünn ist und sein penis ist wirklich klein aber ich fühle mich wohl bei ihm und natürlich habe ich ihn dann auch noch fertig geblasen und bin dann um drei uhr glücklich in meinem bett im hotel eingeschlafen gestern hat mich dann um zwei uhr nachmittags taille b abgeholt ich war mir nicht sicher ob ich sie überhaupt treffen wollte da ich grundsätzlich nicht gerne neue leute kennen lerne ich finde das immer so anstrengend aber ich dachte mir dass es vernünftig wäre zur abwechslung auch mal eine iranische frau kennenzulernen und sie hat klar ausgedrückt dass sie mich unbedingt treffen wollte das sollte wohl schicksal sein schon alleine unserer begegnung war sicher kein zufall denn als ich in der extremen hitze des iranischen sommers einsam durch die berge wanderte war sie plötzlich da sie kreuzte meinen weg und sofort hatte sie auch meine aufmerksamkeit denn zuvor hatte ich noch nie eine junge attraktive frau alleine dort wandern sehen schon gar nicht wochentags wo maximal wenige pensionierte männer die einsamkeit der berge suchten und im sommer im iran ist es wirklich eine qual die strengen kleidungsvorschriften einzuhalten immerhin muss frau sich bei 40 grad komplett bedecken da muss frau schon verrückt sein sich bei diesen temperaturen raus in die berge zu begeben also war mir klar dass diese frau also tayabe als ich sie sah so sein musste wie ich und sofort kamen wir damals ins gespräch ich war froh dass sie englisch konnte und so waren wir schnell bei dem thema meditation und dass sie wie auch ich ashtanga yoga unterrichtete das war eine fügung und trotzdem hatte ich vorbehalte sie gestern zu treffen doch ich wurde eines besseren belehrt das eis war sofort gebrochen und sie strahlte mich wie ein kleines kind an von anfang an lachten wir oft ohne grund sie war ich und ich war sie es gab eigentlich keinen großen unterschied zwischen uns beide wir haben sogar dasselbe alter obwohl wir jeweils von der anderen annahmen dass sie mindestens zehn jahre jünger wäre und wir redeten und redeten fünf stunden lang kein einziges mal ging uns der gesprächsstoff aus es war eine begegnung in der die zeit verschwand wir hatten uns so viel zu berichten so ähnlich sind wir uns wir konnten es beide kaum glauben und lachten beide haben wir dieselben Wege mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen beide gingen wir mit 19 Jahren in ein anderes Land um extreme Erfahrungen zu machen so wie ich konnte auch sie ihre Eltern davon überzeugen sie gehen zu lassen ich flog damals ohne Geld nach San Francisco und sie flog nach Syrien als junge Iranerin unter der Imam Khomeini Regierung in ein arabisches Land das ist mindestens genauso verrückt wie ohne Geld in San Francisco obdachlos zu sein und beide hatten wir in unseren Meditationen außer körperliche Erfahrungen gemacht von denen wir beinahe niemanden berichten konnten und schon gar nicht gab es in unserem Umkreis Menschen die sogar selber das erlebt haben was wir erlebt haben und da waren wir mitten im Iran und begegneten uns und freuten uns es fällt mir schwer Worte dafür zu finden als sie mich dann um sieben am Abend beim Hotel wieder absetzte stand plötzlich Sajat vor mir er war riesig immerhin ist er ein Basketballspieler es war beinahe wie ein Schock ich wusste dass es geplant war ihn an Abend vielleicht zu treffen da ich aufgrund des vielen Verkehrs so spät im Hotel ankam dachte ich dass er denken würde dass ich abgesagt hätte oder so ähnlich aber anscheinend ließ er sich nicht davon abbringen mich endlich nach vielen Abweisungen meinerseits mich endlich zu treffen und von einer Sekunde zur anderen befand ich mich in einer neuen Welt zuvor in der Freude mit Tayebe und schon in der Welt zwei junge Männer die voller Testosteron waren den Sajats Cousin-Fahrer war auch dabei denn der kann im Gegensatz zu Sajat Englisch zumindestens halbwegs noch unter Schock begrüßte ich beide freundlichst immerhin war ich ja noch mit Freundlichkeit vollgefüllt von Tayebe aber ich sagte gleich dass ich kurz ins Zimmer hochgehe um Pipi zu machen und schon war ich weg oben angekommen zog ich mich schnell um schmitte mir eiligst Make-up rauf und war fünf Minuten später wieder frisch und bereit für zwei junge Männer Sajat 23 und arm und Basketballspieler wie schon gesagt und Fahrrad 27 frisch getrennt von seiner Freundin und auch arm oh und Sajat stank unter seinen Achseln ich schimpfte ihn sofort dass er schlecht riecht aber er war einfach nur aufgeregt mich zu sehen und gab sein Bestes mit mir zu reden er wollte unbedingt meine ganze Aufmerksamkeit und war unglaublich ungeschickt darin und das machte ihn sehr süß sein Cousin hingegen saß vorne am Steuer und war offenbar der erfahrenere hatte eine ruhige Ausstrahlung und schon nahm Sajat aber meine Hand und steckte sie in seine Hose sein Schwanz war feucht vor Lust wieder schimpfte ich ihn und lachte als ich ihm meine klebrige Hand vors Gesicht hielt ich wusste ich muss zuerst das Testosteron der beiden unter Kontrolle bringen besonders Sajat war unbändig ich war streng und schimpfte beide und forderte ein dass ich bevor ich überhaupt etwas machen würde in einem Park mit ihnen sitzen wolle immerhin können sie mich nicht wie eine Hure behandeln und sie sahen auch ein dass sie nicht mit mir ins Hotel gehen konnten das sind überall Spitzel der Regierung somit befanden wir uns dann in einem Park den ich kannte da ich mit Fasat dem Iraner mit dem ich zusammen den Damen wand den mit 5700 Metern höchsten Berg Irans bestiegen hatte in diesem Park fand unsere Versöhnung statt nachdem er mich bedroht hatte und gedroht hatte mich zu ermorden als ich nach der Besteigung des Berges nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte Nun gut das ist aber eine andere Geschichte jedenfalls führte ich die zwei übertreten aber sehr attraktiven Männer durch den Park und wir lachten da ich ihnen alles zeigte und ihr Guide war es war ein anderes Lachen als mit Taye B aber ich fühlte mich sehr wohl und vor allem begehrt und ich wollte wirklich gerne einen Dreier mit den beiden ich fühlte mich beinahe schon verliebt als ich auf der Bank zwischen ihnen saß und sie jeder auf eigene Art und Weise meine Gunst kämpften als ich Sajad artig benahm stimmte ich zu ihm dann im Auto einen zu blasen und Fahrer natürlich auch und Sajad kam sehr schnell gerade rechtzeitig so dass ich kaum Sperma von ihnen in meinem Mund hatte das was ich im Mund hatte spuckte ich auf die Straße Teerrand sein Schwanz ist sehr fett und gefällt mir und ich war gespannter Fahrerschwanz ich war aber etwas aufgeregt da ich nicht wusste ob Fahrer überhaupt von mir Bescheid weiß Sajad hatte mich anfangs als wir uns auf Instagram kennenlernten wegen meiner Transsexualität abgewiesen aber im Auto hat er dann sofort auf meinen Schwanz gegriffen wie alle Männer die so auf Hetero tun aber ich hatte gar keine Zeit über alles nachzudenken denn da blies ich schon den Schwanz von Fahrer als sie schnell den Fahrersitz getauscht hatten Fahrer ist von seiner Art ganz anders und sein Schwanz ist auch ganz anders aber er hat mir auch ganz gut geschmeckt obwohl er mich die ganze Zeit ficken wollte was ich ohne Kondom im Auto sicher nicht machen wollte und Sajad war auch sofort sehr böse auf Fahrer da ich eigentlich seine Eroberung bin und somit ja Rechte hätte aber da geschah es Fahrer griff mir auf den Schritt und massierte schon meinen Schwanz so selbstverständlich dass es mir erst Sekunden später in den Kopf schoss dass ich ja hätte aufpassen müssen ich drehte mich zu ihm und sah ihm in die Augen und schon beruhigte er mich und meinte beinahe feterlich dass ich mich nicht schämen soll dafür und dann küsste ich ihn und war aber auch froh als mich die beiden endlich ins Hotel zurückbrachten um zumindest noch eine Stunde vor dem Rückflug schlafen zu können aber ich war glücklich in meinem Zimmer als ich mir noch ein Bad im John bestellte also Melanzani welches leider zu viel vor dem Kaschk diesen Ziegenkört enthielt und ich die Hälfte stehen ließ aber ich war glücklich und so dankbar und voller Energie vor allem dankbar für mein einzigartiges Leben und für meine Offenheit denn die anderen Kollegen machen solche Erfahrungen sicher nicht die schauen sich brav und artig Sehenswürdigkeiten an und freuen sich wenn sie Tatteln gekauft haben naja dafür bin ich umso deprimierter wenn ich von der Fülle in die Leere zurückkomme ich vermisse Sadi wirklich wie gern würde ich mich jetzt zu ihm kuscheln und von ihm penetriert werden er macht das alles so gut aber er ist nicht nur hier es ist als ob er gestorben wäre es ist ein Gefühl in mir als ob etwas Schreckliches passiert ist es auch wie ist es ist Untertitelung des ZDF, 2020